Wo ist die Escape-Taste? Die Escape! Fangen wir jetzt mit der Runde an, schönes Eingeschön-Tapf mit Shuffle and Shodown mit dabei sind natürlich noch Nia und der Fuchs, hallo! Hallo! So, und jetzt machen wir die Gegner lang. Zack, Headshot! Ja, dann war der nicht so. Ich kenne ja eigentlich das Meme mit den 30 Gramm Schokolade. Nein! Oh mein Gott, okay. Ich glaube... Ist aber schon ganz alt, oder? Zeilenkiller gibt es hier. Zeilenkiller? Bring mir auch mit. Ich gehe steil. Das kenne ich auch gut. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Und der Morty! Und der Morty! Und der Morty! Gut. Ist ja nicht so. Bei den Morty sind hier doch zwei. Und der Morty! Und der Morty! Und der Morty! Der Morty! Der Morty! Der Morty! Hat der Morty! Weil du nicht ums schon weggerannt bist. Das sind Raben. Boah, da sind Enten unten im Wasser. Wo kommen denn denn die Enten her? Da sind mehr Enten. Da hinten waren wir. Mit Gatorlex, da kennt ihr nichts. No. Spinnen. Hm, da können wir Waffe rennen. Da sind wir an der Wand. Na ja. Warte, warum sind denn der? Da hab ich sie durften. Er ist noch weiß. Ja, die Hälfte oben. Das Hälfte gemacht hier. Oh. Was? Da sind ja keine Fensterläden dran. Fand ich? Nö, die oben nicht. Okay. So. Wie sieht's hier aus? Oh, da. Hier sind keine dran. Ist ja schon offen. Ich hätte kein Geld mehr dafür. Ich hätte kein Geld mehr dafür. Da, 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 da. Na klar. Restzeit 10 Minuten. Adelie? Adelie? Adelie hab ich fertig. Muss 10 mal mit nem Butcher bauen hier aus noch. Also so 6 mal noch. Hab nicht mal nen Butcher dabei. Hätte ich mal ne Schaufel hingestellt? Naja. Ne. Du hast die schönen hingestellt. Und siehst du. Also Respekt. Wie er geschafft hat. War ich gründlich? Naja. Ich steh auf der Spitze vorne also. Na dann. Da sehste. Wär witzig, wenn hier einfach beim Aufzug jetzt runter geholt wird. Ehm. duas. Tschöo. Häm. Dasteеры nicht so los. wir können unternehmen oder bis jetzt nichts um 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 drin da ist eine keine ahnung irgendwo hat gestorben irgendwo 135 das war eine down 180 Gang entlang Hat noch einen Hit Rot Hinten den Gang entlang noch mehr 180 Oh da ist noch was gewesen, 240 Der aus dem Turm raus? Ist down Denkt auch noch einer Wenn er nicht da ist, dann ist er noch tot Flash Bin schlecht Bin nicht drin, bin ich von dir? Noch weiter, noch weiter, noch weiter Ich hab nichts gesehen Laufen, laufen hinter mir Direkt an dem Crack Mir ist auch noch einer An der Treppe hier, unter dir Ja Nice Bei mir ist noch einer Hab ich Schön Da war noch einer Bei mir rett noch einer Da Bei mir rett noch einer, genau von mir, 2 von 80 Ja, ich komm Hier hinter ist er Ja 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 Nicht getroffen Ja alles weg hat jemand kassiert alter vater ich habe die hier vorne bei mir also in durch die habe ich hier liegt einer da liegt einer und dahinten ja schon hier dann rechnen hier hinterher auch da mache ich dann ruhig die erstmal den am wagen hat ist der fuchs oder ja dass der die bude für mir kassiert hat im laufen durch einen kleinen crack da hier noch das war es da liegt noch einer und ab los ja das ist ja zeit ist ja glaube ich keiner mehr oder ich glaube nicht dass ich irgendwo einer wäre ich brauche ich mir irgendwo ach so achten wir und die gar nicht mit gehören ja ich noch was sagen wir das war auch meine idee habe ich schon aber echt voll ich hab schon alles außer puste ich bin alt up 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 ich habe mir schon gesehen was platles im licht was kommt denn jetzt bei mir du hast enter to start ich kann es dann auf dem bildschirm gestartet hat nicht das team ist bei mir auch offline verbindung unterbrochen ja klar die blick jetzt hatten wir ok wir wollen wir ein bisschen was einfach clean weggeknallt dann sage ich schon mal dankeschön fürs reinschalten und bis zum nächsten mal tschüss